Ich meine, wenn Sie die Menschen heute fragen, wo stehen wir als Gesellschaft, dann ruft der Erste, wieso stehen, ich will sitzen. Der Zweite will lieber liegen, kaum einer will sich noch bewegen und der Rest ruft Klimakrise und klebt sich irgendwo fest. Bei den Rechten ist man gegen die jüdisch-kapitalistische Weltherrschaft und die Linken. Und bei den Linken ist man gegen die Weltherrschaft des jüdischen Kapitalismus und die Rechten. Irgendwo säußelt einer Vertrauen Sie auf Jesus, wird aber übertönt von Allahu Akbar rufen und ein geschlechtlich Diverser stellt fest, dass er sich bei dem Begriff Gesellschaft nicht mitgenannt und deshalb auch nicht mit gemein fühlt. Und schon sind alle beleidigt. Was hält uns also zusammen? Nix. Ja.